hi zusammen ich habe so eine unglaublich 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 mega geile woche hinter mir von der ich natürlich berichten will ich habe gestern schon angefangen das ganze video material zu sichten und schon mal angefangen zu bearbeiten und so und da ist mir aufgefallen dass ich vor lauter aufregung ja total vergessen habe so ein bisschen was zu erzählen also ich habe die ganze zeit nur so gefilmt aber ich habe total vergessen mal was dazu zu erzählen deswegen will ich das jetzt nachholen und blende euch dann jetzt ja fotos und video ausschnitte ein wo war ich überhaupt ja ich war die ganze letzte woche von montag bis freitag in berlin und zwar will denn dass der ein oder andere wahrscheinlich wissen dass da die fashion week war und wer mich auf twitter instagram facebook verfolgt der hat eh mitbekommen weil ich ja sehr 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 viel gepostet habe also falls euch das interessiert ich zeige euch jetzt auch zwar ein paar fotos aber ich habe einiges glaube ich auch so noch gefilmt und fotografiert also wenn euch das so interessiert dann schaut mal vorbei bei instagram ich bin ein sehr fleißiger instagramer auf jeden fall ja also wir waren auf der fashion week wenn ich wir sagen dann sage ich meine ich meine mutter und meine beiden kinder die hatte ich nämlich mit weil wenn ich so lange weg bin dann ist es natürlich klar dass ich meine kids mitnehmen muss einfach weil ich den erstens unheimlich vermissen würde und zweitens die ohne ihre mama ja auch nicht glücklich werden also sind die mitgekommen also ein bisschen abenteuer für die kinder in berlin also wir waren dann also alle zusammen in berlin wir waren die ersten beiden tagen die ersten beiden tage im n h hotel mitten an der friedrichstraße und das war so mega geil wir hatten wir waren in der siebten etage und wir hätten einen richtig richtig coolen ausblick wir hatten so was so ein bisschen balkonartig also wir konnten da rausgehen und konnten einmal über die komplette friedrichstraße raus gucken und das war richtig richtig geil und wir waren halt genau an der oberen s-bahn station von der friedrichstraße und genau zwei drei häuser weiter war gina trikot was natürlich echt teuer geworden ist weil ich ein mega gina trikot fan bin ja aber darum geht es also wir waren dafür tamaris tamaris war nämlich dieses jahr das erste mal sponsor der fashion week mit sponsor der es gibt ja mehrere sponsoren und sponsoren und tamaris war eben einer davon die hatten da einen in dem fashion zelt direkt einen wirklich richtig richtig schön schuh stand ja eine wunderschöne große wand mit auf der linken seite modelle für jetzt den kommenden winter und rechts daneben waren kommende modelle für das frühjahr sommer 2014 und ja was soll ich sagen es ist da waren einige modelle weil wo ich echt sofort gedacht also wo ich mich total gefreut habe tamaris ist halt eine marke da findet echt jede frau in jedem alter irgendwas ist es einfach so also die marke die die design tatsächlich schuhe von jungen jahren bis ja in den älteren jahren sage ich mal also die die absätze sind entweder richtig hoch oder halt ganz niedrig je nachdem und auch so vom design und von optik her spricht es manchmal die junge frau und manchmal so die erwachsene frau und manchmal schon die etwas ältere frau an und ja ich habe mich auf jeden fall in einige verliebt ein paar schule haben wir sogar schon bekommen wir hatten nämlich einen wunderschönen goodie bag an wunderschönen goodie bag tisch quasi im hotel als wir in das hotel zu malen gekommen sind das war total schön da waren so kleine macarons mit tamaris oplaten quasi und ja einer wunderschönen goodie bag und einer goldenen tasche ich habe einige weil ich ja noch ein paar tage länger da war ich einige shows besucht und einige events und da haben sich einige die goodie bag tüten angesammelt ich zeige euch davon glaube ich jetzt mal ein bild ich habe die irgendwann dann aus aus der not heraus alle zusammen gekippt also damit ich acht so kleine tüten habe alles mehr oder weniger zusammen gekippt ich hatte mal den kommentar beziehungsweise mehrere kommentare gesehen dass euch der inhalt total interessieren würde also also ich werde euch auf jeden fall weil es einige angefragt haben einmal zeigen was in diesen ganzen goodie bags drin ist das waren ja jetzt nicht spezielle blogger events sondern diese goodie bags bekommen halt alle die diese chance oder diese events besuchen und das waren ja halt nicht ausschließlich nur also eigentlich waren das überhaupt keine blogger events also von daher könnte das vielleicht doch recht interessant sein ja also zurück zu montag es fing alles damit an dass wir halt in das sozialzimmer gekommen sind blablabla habe ich ja gerade erzählt dann hatten wir diesen wunderschönen goodie bag tisch dann haben wir uns noch mal alle in der lobby getroffen haben uns etwas kennengelernt und sind dann anschließend zusammen zu dem grazia opening event gefahren das ist eben im fashionzeit gewesen es war aber eben dieses opening event da haben alle designer von der fashion week ein bis zwei ihrer lieblingsstücke einmal präsentiert das war mega interessant weil man dann schon mal so ein kleines sneak peek hatte von dem was so passiert und was man so zu sehen bekommt ja 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 Wie viele Designer? Ich sehe, da hinten sind so viele Klamotten. Ja, sehr viele. 53. 53. Und ich höre gerade, wir hier hinten sind ready. Ihr hier vorne seid ready. Ich würde sagen, los geht's. Einen wunderschwuten Abend. Herzlich willkommen zur Mercedes-Benz Fashion Week. Berlin. Brede Showback, ganz ja. Ich sehe ehrlich gesagt überhaupt nichts, aber ich war ja vorher schon im Zelt und ich war auch draußen. Und ich habe gesehen, es sind wahnsinnig viele bekannte Gesichter hier. Schön, dass Sie es alle geschafft haben. Mein Name ist Jochen Schropp und im Namen der Grazia und der Verlagshäuser Gruner und Jahr und Klamt begrüße ich Sie ganz herzlich. Geht's euch gut? Ja? Alle noch frisch am Anfang der Fashion Week kommt. Ihr habt ja noch ein bisschen Power. Ja, Sie haben es schon gehört. 53 Designer zeigen heute ihre Keylooks, also so ihren Favoritenlook. Sie bekommen also einen super Eindruck, was in den nächsten Tagen hier in Berlin passieren wird und 53 Shows. Also ich meine, das schafft ja keiner. Insofern genau richtig, dass Sie heute Abend hier sind. Ja, Sie haben es schon gehört. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und vielen Dank an Maybelline, die das großzügigerweise an mich dann abgetreten haben Ja, das waren die Shows, die ich gesehen habe Dann, aber nicht an dem Tag, sondern so insgesamt jetzt über der Woche Dann, was war denn dann? Genau, dann anschließend haben wir uns dann noch so ein bisschen aufgehalten Und haben uns noch ein bisschen die Schuhe angeguckt Wir konnten dann total lustig vor diesem Schuhregal ein paar Fotos machen, die dann ausgedruckt wurden direkt Das war total witzig Anschließend sind wir wieder zurück zum Hotel gefahren Und sind dann noch was essen gewesen Essen gegangen gewesen Essen gewesen Und das war total cool Weil wir waren nämlich in einem Steakhouse Ja, und das fand ich sehr geil, als Vegetarier in einem Steakhouse zu sitzen Ich hatte eine Ofenkartoffel Ja, am nächsten Tag sind wir wieder zum Fashion-Celt Cut So, am zweiten Tag haben wir nach einem ausgiebigen Frühstück uns wieder getroffen Gegen Mittag und sind dann wieder zum Fashion-Celt gefahren Um uns die erste Show anzuschauen Wenn ich mich richtig erinnere, war das tatsächlich Mark Kane Es war auf jeden Fall das Herrenmode Und ja Das einzige, was mir da noch in Erinnerung geblieben ist, war der Rucksack Ihr werdet jetzt sehen, warum Interessanterweise, beziehungsweise lustigerweise Wenn man rausgegangen ist von diesem Show-Bereich Also von diesem Catwalk-Bereich Und wieder hinein in das Zelt Wo man sich halt vorher getroffen hat Da gab es, ja, verschiedene Stände Unter anderem einen von Jules Mumm Und da gab es halt Sekt for free Und ich hab mir dann einen geholt Der übrigens sehr, sehr lecker ist Und zwar dieser ganz neue, der Fruity Der echtes Mädchen gesurft Und dann stand auf einmal plötzlich der Designer himself, ja, persönlich hinter mir Und hat sich auch einen geholt Und dann hab ich zu ihm gesagt, ja, dass mir sein Rucksack total gut gefallen hat Ich glaube, er hat das missverstanden Diese, diese kleine Ironie dahinter Weil er mir dann zu mir sagte Ja, es ist halt für jeden was dabei So, und er dachte halt Ich finde, er hat einen Rucksack schön Aber egal Ich meinte eigentlich eher das nackte, männliche Model Darunter Dann waren wir nach oben in dem Ja, quasi auf dieser Terrasse oben Und haben dann noch ein paar Kleinigkeiten gegessen Ich werde es nie vergessen Die Rote Beete Kartoffel-Knocki mit Mozzarella Ja, die sahen total lecker aus Das sah ein bisschen aus wie so ein Dessert Das waren so drei kleine Klöpfchen Und das war halt so dekoriert Das ist auch so, als wäre es ein Dessert Und es war aber super, super lecker Dann mein persönliches, persönliches Highlight Fernab von Fashion Week Fernab von allem War auf jeden Fall noch am selben Abend Von diesem Grazia Opening Event Und zwar habe ich dort Janina Ose kennengelernt Die ich an dieser Stelle ganz, ganz lieb grüßen möchte Also falls du das hier schaust Dann, ja, du weißt ja Wie sehr ich mich gefreut habe, dich kennenzulernen Wenn ihr jetzt nicht wisst, von wem ich überhaupt rede Das ist Jasmin Flemming aus der Serie Gegen gute Zeiten, schlechte Zeiten Ich bin ein riesen Fan dieser Serie Und guck die schon, ich glaube, seitdem es die gibt Ja, also irgendwie schon 21 Jahre oder so Und Jasmin gehört auf jeden Fall Zu einer meiner Lieblingscharaktere in dieser Serie Und sie stand halt auch in diesem Fashion-Zelt Und ich als mega GZSZ-Fan Hab sie halt sofort natürlich erkannt Und dachte so, guck mal wie cool Und hab mich aber Ich traue mich ja nie Leute anzusprechen Also es ist ganz schlimm Also ich bin ja sehr, sehr schüchtern eigentlich Und ja, hab sie dann von der Ferne bewundert Und Nadine Nadine Empathy25 Ja, hat sie dann angesprochen Und ja, man stellte sich heraus Dass sie eben auch meine Videos guckt Unter anderem eben auch dieses Battle Und auch viele andere YouTuber Kennt und guckt Und das war so witzig Und ja, wir auf jeden Fall haben dann zusammen Fotos gemacht Und das war einfach nur Das war echt mein persönliches Highlight Weil das so So witzig ist, ne? Also dass man sich halt so guckt Und dann so irgendwie so kennt Und dann so freut, wenn man sich so sieht Und das war halt total cool Ähm, ja Dann waren wir am zweiten Abend Auf der Aftershow-Party von Guido Maria Kretschmer Da hab ich Janina übrigens auch wieder getroffen Wir haben lange untereinander gequatscht Und das war richtig, richtig cool Davon hab ich Ah, doch, davon hab ich ein Foto Das hat die liebe Nadine Eine andere Nadine hat das gemacht Übrigens war das die Nadine Die ihr vielleicht schon mal gesehen habt Die war nämlich hier bei mir zu Hause Bei dem perfekten YouTube-Dinner In, ähm, zusammen mit Rebecca Flöter Hat sie nämlich bei hier bei mir lecker gekocht Was waren das nochmal? Ich glaub, Nudeln Ich', nehm, juh Das hatte ich gesagt opportunity Wie S Neumann Bei mir Oxford Eshter Der Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, mega cool. Das war so witzig und hat auch total viel Spaß gemacht. Das war so eine total spontane Idee, aber dafür waren die auf jeden Fall zu haben und das fand ich halt mega witzig. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal die Goodies und anschließend, glaube ich, werde ich ein Eis essen. So, ich fange auf jeden Fall mit den zwei Sachen an, die mir persönlich am allermeisten gefallen haben. Und zwar einmal das Armband hier. Das ist ein graues Lederarmband mit einem silbernen, intelligenten Verschluss. Und ja, das ist ebenfalls von Tamaris. Tamaris macht nämlich jetzt auch Schmuck. Und ihr wisst ja, dass das halt eben genau so mein Stil ist. Also Lederarmbänder, damit kriegt man mich ja, ne? So, jetzt wird es ein bisschen fies, weil die habe ich seitdem wir sie, ja, seitdem ich sie habe, auch ständig getragen. Also ich zeige es denen mal jetzt nicht zu nah. Und zwar diese Sandalen hier, ebenfalls von Tamaris. Und jetzt blinkt, oh oh, meine Karte ist voll. Ich habe noch vier Minuten, okay. Also diese Schuhe hier von Tamaris, diese Sandalen, ich glaube, die haben alle genommen. Sämtliche YouTuber. Ihr werdet sie wahrscheinlich auf den ganzen Blogs und YouTubern wiederfinden, die auch an diesem Tamaris-Event teilgenommen haben. Wiederfinden. Dann hier die goldene Tasche, von der ich euch erzählt habe. Also diese Tasche, die ist von Brie. Und ich finde die so cool. Ihr werdet jetzt denken, so eine goldene Tasche. Aber vielleicht wisst ihr jetzt ja noch nicht, dass ich in wenigen Wochen nach Las Vegas fliege. Und ich finde, die ist einfach perfekt für einen Las Vegas Pool Tag irgendwie. Ja, ich schaue schnell rein. Also, zum einen war da drin ein Rituals Happy Mist Body Spray. Dann, das werde ich auf jeden Fall verlosen, denn ich habe kein iPhone. Und zwar ein iPhone Case. Aber das kann ich leider nicht gebrauchen. Ach, da muss ich mich noch anmelden. Dann war da drin von Maybelline. Boah, die kann ich euch nur empfehlen. Die sind nämlich richtig gut. Ich habe nämlich zwei Stück davon bekommen. Und zwar sind das diese 14 Stunden Superstay Lipstifte. Und die sind richtig gut. Die riechen auch richtig geil. Also, testet die auf jeden Fall mal aus. Ich zeige euch nachher nochmal die andere Farbe, weil die ist echt der Knaller. Ach so, ich habe davon auch ein Foto gemacht auf Instagram. Müsst ihr mal schauen. Das ist so ein richtig knalliges Pink. Richtig toll. Ähm, ja. Infomaterial. Infomaterial. Das haben wir geklaut aus dem Hotel. Für Benni. Dann war drin, das ist richtig toll und zwar auch von Tamaris, ein Forever Silky Soft Feet Barfuß Protection Spray mit echter Seide. Oh, oh, noch zwei Minuten. Also, es ist ein Fußspray, was euren Fuß schützt, wenn ihr barfuß in irgendwelchen Schuhen drin seid. Und das hilft tatsächlich. Es ist richtig gut. Außerdem haben wir hier noch eine Anti-Splitter-Nagelfeile von Contro. Genau, Alkohol. Jede Menge Alkohol. Contro und Jumon, diesen Fruity-Sekt. Ist total lecker. Von Tamaris auch nochmal so Gel-Einlagen für die Schuhe. Richtig praktisch. Ein Notizbuch. Und außerdem noch Haasperre von Infinium Lumière von L'Oreal. Ich weiß nicht, wie es riecht. Riecht gut. Riecht so nach frisch gewaschenen Haaren. Also kann ich euch auch ans Herz legen. Ja, ein Notizbuch und zwar mit so einem richtig geilen Stift, weil nämlich Herrlitz auch, soviel ich das so mitbekommen habe, auch ein Sponsor der Fashion Week gewesen ist. Und ja, die machen jetzt auch in stylischen Kugelschreibern. Und ja, so sieht der aus. Fühlt sich sehr nett an. Oh, oh, Speicherkarte voll. Okay, also das war die goldene Tasche. Und ich zeige euch gleich nochmal, ich wechsle schnell die Karte und dann zeige ich euch ganz in Ruhe nochmal die restlichen Sachen. So, Speicherkarte ist gewechselt. Jetzt kann es weitergehen. Ja, hier ist diese Goodie Bag, die eben auf den Plätzen steht, wenn man ins Fashion Zelt reingeht. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf allen Plätzen waren oder nur auf den ersten dreien. Also ich war in der ersten Reihe und ich hatte auf jeden Fall eine von diesen Goodie Bags. Und ja, das war ein total blöder Zufall. Und ja, ich zeige euch nochmal kurz, was drin gewesen ist. Es ist ein Lippenbalsam drin und zwar Wassermelone mit Vanille von No Healthy Skincare No. Keine Ahnung, sagt mir jetzt persönlich nichts. Dann nochmal ein Bodyspray von Rituals mit der Duftnote Yin. Achso, das kann man auch fürs Bettzeug, ja. Also fürs Bettzeug ist das auch. Ja, also damit kann man sein Bettzeug einsprühen. Dann wird mein Bett demnächst schön duften. Ja, dann außerdem war da noch so ein, von einer anderen Show, Mark Kane. War so ein Duftsäckchen. Wie gesagt, ich habe, irgendwann habe ich alles so noch zusammengewürfelt. Sorry, ich kriege das jetzt irgendwie alles nicht mehr so richtig auseinander. In meinem Kopf bin ich schon ein wenig durcheinander, wo was her war. Hier sind noch, ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. See you soon. Keine Ahnung. Ja, das sind jetzt diese Eintrittskarten. Genau, das ist einmal die Designer for Tomorrow Eintrittskarte. So sieht die dann aus. Hier ist eine von Mings. Dann steht hier hinten auch drauf, in welchem Block, in welcher Reihe, in welchem Sitz man, also wo man sich hinsetzen soll. Das schmeiße ich alles mal jetzt hier rein. So, das ist so ein Duftsäckchen. Das kommt jetzt, glaube ich, einfach mal in meine Unterwäsche-Schublade. Ja, dann habe ich hier noch voll das schöne Andenken. Ja, also den, ja, wie sagt man das? So ein Ausweis eben, dass ich in das Zelt darf und in den Backstage-Bereich darf. Ähm, genau. Vielen Dank. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Andenken. Genau, dann war noch in der Tamaris Goodie Bag Fuß und Bein eine Schimmercreme. Auch das passende Spray. Das ist aber irgendwo in meiner Kulturtasche, weil die habe ich nämlich häufiger benutzt, das Schimmerspray. Und Grace auch, weil sie das so schön fand. Ich probiere das gerade mal aus. Also das Spray gibt mehr Schimmer als die Creme. Das kann ich so viel schon mal sagen. Dann hatte ich noch zwei wunderschöne Nagellacke von Essie in der Tamaris Goodie Bag. Und den pinken, den habe ich auch die ganze letzte Zeit getragen. Und einige von euch haben gefragt, was das für eine Farbe ist. Und jetzt kann ich es euch sagen. Es ist die Farbe Bottle Service. Das ist dieses richtig geile knallige Pink. Und dann habe ich noch die Farbe Lackert Up. So ein richtig schönes Rot. Ich glaube auch irgendwo noch einen blauen bekommen. Der kommt wahrscheinlich noch in der nächsten Tüte dann. Außerdem habe ich noch einen von L'Oreal. Das New Touch Techniart Pure Texture Serum. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal ausprobieren. Wie das funktioniert. Ja, die Live Review quasi hier. Ich weiß nicht genau, was es macht. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich schmiere es einfach rein. Wird schon. Es macht auf jeden Fall einen schönen Glanz. Und es riecht sehr, sehr nett. Ja, und dann hatten wir noch in der Tasche eine Sonnenbrille von Jules Moum. Und ich finde die extrem geil. Ja, damit habt ihr auch schon ein paar Bilder gesehen. Ich trage sie nämlich tatsächlich gerne. Dann hatte ich dreimal einen Fächer. Das scheint irgendwie das in Accessoire schlechthin gewesen zu sein. Weil auf vielen Events gab es den. Und in vielen Goodie Bags war er auch drin. Ein Fächer. Ja, meine Kinder haben die in die Finger bekommen. Und einige sind schon zerstört. So, dann habe ich hier jetzt noch noch mehr Notizbücher. Eins von Sony. Und eins von Designer for Tomorrow. Das ist aber sehr hübsch gemacht. Das ist so ein bisschen verspiegelt an den Seiten. Und hat innen auch noch mal so Bilder. So modische Bilder. Sehr nett. Sehr schön. Also ich kann jetzt Notizen machen. Noch und nöcher. Muss ich mir nur mal überlegen, über was. So, das soll es jetzt erst mal gewesen sein. Ich habe noch eine Tüte. Aber die zeige ich euch in einem separaten Video. Weil das sprengt jetzt echt den Rahmen. Also das waren auf jeden Fall die Goodie Bags aus der Zeit mit Tamaris. Und ja, da freue ich mich sehr von Herzen. Das sind tolle Sachen und vor allen Dingen tolle Schuhe. Schuhe. Da fehlt doch noch ein paar. Wo sind denn die Schuhe? Moment. Ich hätte euch beinahe noch ein paar Schuhe unterschlagen. Ich frech Dachs. Und zwar habe ich noch ein paar wunderschöne Schuhe von Tamaris bekommen. Tamaris Trend. Und zwar sind das so orangefarbene Kaltabsatzpumps. Und die sind richtig bequem. Und ja, halt so ein kleiner Eyecatcher. Wenn man echt so ein relativ neutrales Outfit anhat. Und Kaltabsatz ist halt immer sehr bequem. Okay, das war es jetzt aber wirklich mit dem Video. Ich danke nochmal allen. Und ich habe mich auch sehr gefreut über die ganzen YouTuber und Blogger, die da gewesen sind, die mal kennenzulernen. Das waren einige sehr, sehr nette. Übrigens, wenn ihr noch ein paar Fotos von den Fashion Shows sehen wollt, verlinke ich euch. Den verlinke ich euch ja sowieso. Ich verlinke euch hier alle Blogger und YouTuber, die dabei gewesen sind, hier einmal unten. Aber ganz speziell verweise ich hier auf den Fashion Puppe Blog. Denn da hat sie einen wunderschönen Zusammenschnitt gemacht über die Trends. Ja, eindeutig. Also ich habe auf jeden Fall einiges, einiges mitgenommen. Und weiß schon, was nächstes Jahr uns erwarten wird. Es wird transparent, es wird bunt und es wird metallisch. Das sind die Trends, auf die ich mich freue. Und jetzt, jetzt gehe ich wirklich, jetzt brauche ich wirklich nice. Alles klar. Also, bis bald, meine Lieben. Also, bis bald, meine Lieben.